Hallo, heute habe ich was zu verkünden und zwar ist mein OptiGrill Rezeptbuch nun vorbestellbar. Lange habt ihr gewartet, ich habe jetzt das letzte halbe Jahr viel Zeit daran investiert und jetzt geht endlich die Vorbestellphase los. Ihr könnt das in meinem Online-Shop bestellen auf kontaktgrillen.com. Ich setze euch den Link auch unten in die Videobeschreibung. Und jetzt zeige ich euch mal, wie das alles aussieht. Auf dem Cover seht ihr das Big Mac Sandwich, das ja einer der beliebtesten Videos hier auf meinem Kanal ist. Das Rezept ist natürlich auch drin. Hier das Inhaltsverzeichnis, da seht ihr, es ist für jedes Grillprogramm was dabei und das ist vor allem für alle OptiGrills umsetzbar. Außerdem sind es einfache Rezepte, die hier mit Schritt-für-Schritt-Anleitung erklärt sind, wo auch die Angaben natürlich für die Programmwahl dabei sind, wie lange ihr das drin lassen könnt. Oben im Feld seht ihr dann, wie lange das ungefähr dauert an Vorbereitungszeit und an Grillzeit und der Schwierigkeitsgrad und die Anzahl an Personen, für die das ist, ist natürlich auch angegeben. Außerdem habt ihr natürlich rechts auf der Seite diese Zutatenliste, was ihr dafür alles braucht und dann könnt ihr diese Rezepte relativ einfach nachkochen. Hinten im Heft gibt es noch eine Übersicht der ganzen Modelle, die es für den OptiGrill so gibt und ihr habt da eine Übersicht für die verschiedenen Temperaturstufen vom manuellen Modus und wie die dann entsprechend für die Backschale übersetzt werden. Die Rezepte in diesem Rezeptbuch sind für alle OptiGrill-Modelle anwendbar. Das sind auch nur Rezepte für die normalen Grillplatten, nicht für die Backschale und nicht für die Waffel-Einsätze. Das mache ich vielleicht in einem weiteren Heft. Zum Bestellen einfach auf kontaktgrillen.com gehen oder shop.optikgriller.com in den Browser eingeben. Das ein oder andere Rezept werdet ihr sicher hier auf meinem Kanal auch bald sehen, dann seht ihr dieses Rezeptbuch mal in Aktion. Bis dann, macht's gut! Bis dann, macht's gut!